Hallo Leute, der Tobi ist wieder in Bamberg, zurück aus Skandinavien, Norwegen, Schweden, war wirklich klasse und heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein etwas ausführlicheres Video über Beile bzw. Äxte, wie man sie verwendet, auch dass es relativ sicher ist, die Verwendung, denn ich habe gehört, manche Leute haben ein bisschen Angst davor, Angst sollte man nicht haben, Angst ist immer ein schlechter Begleiter, Respekt sollte man auf jeden Fall haben und wir fangen jetzt einfach mal mit so grundlegenden Sachen an, gehen dann über auch, wie spaltet man Holz, wie macht man Holz klein, wie macht man relativ einfach Anfeuerholz, einen Baum werden wir wahrscheinlich nicht um machen, also hier meine Obstbäume oder unsere Obstbäume, die bleiben hier definitiv stehen, also ich haue jetzt nicht für euch hier bloß um es zu säen einen Baum um, aber ja, also fangen wir einfach mal an, Ähm, Axt bzw. Beile, wo ist denn da der Unterschied? Also man kann sich eigentlich so grob merken, alles was ich hier mit einer Hand benutzen kann, auch vom Kopfgewicht her, ist als Beile anzusehen, der Übergang, legen wir die mal kurz hier an die Seite, der Übergang ist aber relativ fließend, zum Beispiel sind wir jetzt hier bei einer, die habe ich vom Tobias bekommen, sieht man, die ist eigentlich so gut wie unbenutzt, sieht man am Stiel, im Gegensatz zu diesem Stiel hier, ne, der ist halt schon ziemlich, ja, dreckig benutzt halt, das hier ist dann so der Übergang zwischen Beile und Axt, also ich kann es noch vom Kopfgewicht her auch noch mit einer Hand betätigen, eine Axt, könnt ihr euch merken, braucht ihr ungefähr, braucht ihr eigentlich zwei Hände, ne, das ist eigentlich so der Unterschied, wo man Beile und Axt und hier sehen wir schon, hat jetzt Kopfgewicht 1,2 Kilo, kann ich zwar noch heben, aber man sollte immer eine Hand hinten haben, also da wird es dann schon schwer, das ganze Ding, also mit einer Hand hochzuheben, also das hier ist definitiv dann eine Axt. Dann gibt es noch Spaltexte oder auch ein Spalthammer, ja, man sieht schon, das ganze Ding ist hier massiver, das benutzt man dann, um wirklich dicke Stämme auseinander zu spalten, wo man wirklich auch das Kopfgewicht braucht, damit man selbst nicht so viel Energie reinstecken muss und halt viel das Werkzeug machen lässt. Die ideale Axt beziehungsweise Beillänge ist eigentlich jeder Mensch, wir haben eine Anatomie und die beste Axtlänge, vom Stiel her, vom Schaft her, ist, wenn sie jetzt genau bis hier her gehen würde. Also die wäre hier jetzt ein bisschen zu kurz, weil ihr müsst euch das mal so vorstellen, wir Menschen, wir sind die Maschine und die Maschine braucht das richtige Werkzeug mit dem richtigen Hebel, um die beste Kraft auszuüben. Also das wäre jetzt ein bisschen kurz, aber wir sind natürlich auch daran gebunden, was können wir in unserem Rucksack mit transportieren, also da muss man dann so ein bisschen Kompromisse eingehen, was nimmt man da mit. Bei der hier, bei der Länge hier sieht man, die wäre jetzt für mich minimal zu lang, aber ist natürlich schon einiges besser, als wir hier dieses kurze. Also das heißt, hier würde die Hebelwirkung und die ganze Wirkung des Mechanismus, den wir, die Kraft, die wir aufbringen wollen, optimal genutzt. So, wie machen wir jetzt weiter? Also fangen wir erst einmal mit ganz grundlegenden Sicherheitssachen an. Wir legen oder stellen eine Axt, Axt oder Beill, wenn wir es hinstellen, immer mit dem Kopf nach unten hin. Also nicht anfangen, dann an irgendein Baum das Ding hier so rum hinzulehnen. Kommt der nächste, das Ding kippt um, fällt euch auf den Fuß, ihr habt irgendwo blöd die Hand dazwischen. Das ist nicht ungefähr, also nicht wirklich angenehm, wenn ihr euch dann damit schneidet oder blöderweise sogar irgendwie ein Finger oder irgendwas abtrennt. Also stellt sie, wenn mit dem Kopf nach unten hin oder wenn ihr einen Hackstock habt, draußen irgendeinen Baumstumpfen abgesägt, dann haut das Ding hier rein, ist das Ding auch ziemlich sicher. Kann relativ wenig passieren. Über den Aufbau von so einem Beill möchte ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Also Schneide, Nacken, Auge, hier unten die Ohren, also das hier sind die Ohren. Also hier ist die Schulter. Also darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen jetzt schauen, wie benutzt man so eine Axt oder ein Beill auch. Den dicken hier, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben zum Beispiel schon Holz, das auf einer bestimmten Länge ist. Ob es mit der Motorsäge gemacht ist oder mit der Handsäge, relativ egal. Wir haben auch einen relativ geraden Schnitt, dass wir das auch schön auflegen können auf dem Hackstock oder draußen auf dem Baumstumpf. Wir können uns das hier schön auflegen. So. Jetzt, weil es hier auch ein bisschen dicker ist, jetzt nehme ich natürlich hier die große Axt. Die tun wir mal alle auf Seite. Und zwar, ihr habt eine Hand immer unten am Griff. Das ist praktisch eure Führungshand. Die andere Hand, die könnt ihr hier oben hinnehmen, wenn euer Axtkopf relativ schwer ist. Könnt ihr hier oben hernehmen, um das Beil dann zu heben. Und dann, wenn ihr den Schwung nach unten macht, gleitet diese Hand hier nach unten ganz genau. So. So wie jetzt das Beil steht, so sollte man nicht hacken. Weil hier dringen wir jetzt ins Holz ein. Und hier hinten haben wir aber so viel vom Stiel, was hier einen Schlag abbekommen würde, ist also nicht optimal. Wir würden uns auf die Dauer unseren Stiel kaputt machen. In die Mitte hauen ist schon besser. Sieht man, hier dringt unser Kopf ein. Hier hinten, hier bei der haben wir jetzt hier sogar einen Schutz dran. Aber es würde noch immer, wenn es blöd läuft, einiges ist, dieser Stiel hier abbekommen. Also versuchen wir, hier her zu hauen, um hier praktisch durchzukommen. Wichtig ist dann auch, der Hackstock ist auch ein bisschen hoch, weil da werden auch Hühner und so der Kopf abgehackt. Dann ist halt die Höhe hier angenehmer zum Arbeiten. Für das Spalten wären vielleicht so 10-15 cm kürzer. Ganz angenehm. Auf jeden Fall Beine breit machen, dass wenn ihr hier mal vorbei haut, dass ihr euch nicht hier in die Beine hackt, sondern dass es hier dazwischen die Achse oder das Beil durch kann. Ganz wichtig, die wenigste Verletzungsgefahr ist, je länger euer Beil ist. Mit so einem kurzen Beil hier. Da kann ich viel schneller meinen Körper irgendwo erwischen. Während bei diesem hier sieht man ja, haben wir das Ganze, wenn wir es hier hinten nehmen, viel weiter weg vom Körper. Also kurze Beile sind um einiges gefährlicher. Naja, dann ist auch wichtig, wenn ihr hier runterkommt, dass ihr hier gerade aufkommt. Nicht, dass ihr hier anfangt so rein zu hauen, denn dann gleitet euch hier die Axt weg. Wenn ihr hier verkeilt, geht es natürlich hier weg. Also schauen, dass man hier schön gerade runterkommt. Der Axtkopf ist jetzt nicht so schwer, dass ich jetzt hier oben den nehmen muss, um Schwung auszuüben. Zack. Beil steckt. Axt steckt. Haben wir noch gerade gelernt, ist kein Beil. Wir sind hier eingedrungen. Jetzt haben wir natürlich hier unten das ganze Gewicht dran. Jetzt nehmen wir das Ganze und versuchen natürlich Energie zu sparen und mit dem Eigengewicht vom Holz das Ganze zu spalten. Also wir schwingen das jetzt hier einmal rum, hauen das auf den Nacken, hier auf den Nacken und das Ding ist auseinander. Also ihr habt auch gesehen, ich habe relativ weit hier hinten rein geschlagen, damit wir unseren Stiel hier schön sicher haben. So, jetzt mache ich euch mal aus, weil jetzt gehen wir dann zum nächsten Ding. Das ist jetzt dann so kleines Anfeuerholz machen und wir schauen uns das alles mal an, wie das relativ einfach vonstatten geht. So, Tobi ist wieder da. Wir machen uns jetzt praktisch Anfeuerholz. Also das ist jetzt dieses Stück, was wir gerade von der Birke hier raus getrennt haben. Wenn ihr euch diesen Schwung nicht traut, dann könnt ihr euch auch so ein Schlagholz hernehmen. Nehmt, nehmen wir halt jetzt hier das hier, setzt es hier an und haut hinten auf den Nacken drauf und es ist relativ sicher auch dieses Vorgehen. Also das ganze Ding hinstellen, Beil ansetzen und hinten auf den Nacken geschlagen. Zack und das ganze Zeug ist durch. Also wenn ihr euch diesen Schwung nicht oder noch nicht zutraut, macht es so auf die Nummer sicher. So, jetzt machen wir uns hier ein bisschen Anzündholz. Also wir haben jetzt schon ein kleines Holz praktisch runter gemacht. Jetzt nehme ich einfach mal hier mein kleineres. Dann können wir jetzt hier ansetzen. Da ein bisschen rein. Einfach hier ein bisschen rein. Das ganze auseinander gebrochen. Anstatt immer wieder das ganze neu anzusetzen. So. Genau. Also immer an einer Seite ein paar Mal hier drauf. Das ganze Zeug auseinander ziehen. Fertig. Wenn ihr sowas hier habt und euch ist es zu schmal und ihr habt Angst es zu treffen oder es kippt immer um, dann nehmt euch einfach so ein Ding hier. Ich gehe mal wieder so rum hin und haltet euch das ganze hier. Beine wieder breit. Damit, jetzt haben wir natürlich die kurze. Da seht ihr, können wir uns schnell ins Bein hacken. Zack. Hält. Und wir können das ganze Ding spalten. Ne. Also. Hier mit unserer Hilfe. Gehalten. Hinein hacken. Fertig. Passiert uns auch relativ wenig. Also auch ziemlich sicher. So. Jetzt haben wir hier Anfeuerholz. Wir haben, wie man überhaupt sowas spaltet, wo man ungefähr reinhauen sollte. Wir haben, dass man, wenn man sich unsicher ist mit dem Schwung, dass man auch mit dem Schlagstock auf den Nacken hauen können. Und jetzt schauen wir uns dann an. Ja. Wir haben uns relativ frische Äste oder auch kleine Bäumchen. Wie man die relativ einfach ummachen. Und da fällt mir noch ein paar andere Sachen ein. Das wird ein bisschen ausführlicher. So. Jetzt bin ich unten am Bach. Direkt am Garten. Hier haben wir jetzt einen relativ, also einen frischen Stängel. Schauen wir uns mal, wie wir uns den am einfachsten abtrennen. Weil, lassen wir mal hier liegen. Wir biegen uns das Ganze hier. So. Damit wir hier eine Biegung haben. Und jetzt können wir hier seitlich hinstellen. Damit wir jetzt hier praktisch an uns vorbeihauen. Jetzt können wir hier praktisch schön hineinschlagen. Und die Fasern des Holzes gleiten an der Schneide vorbei. Zack. Wenn es jetzt nicht komplett durch ist mit dem ersten Schlag. Oder ihr habt noch dickere. Dann einmal auf die andere Seite rüber. Und dann von der anderen Seite auch nochmal einschlagen. Und das ganze Ding ist durch. Jetzt muss ich es aber so machen. Weil ich habe keinen Platz auf der anderen Seite. Zack. So. Ja. Sauberer Schlag. Also wie gesagt, normalerweise auf die andere Seite biegen. Ich habe hier keinen Platz. Also. Wenn ihr das ganze Ding biegt, könnt ihr genauso mit einem Messer auch machen. Dann in diese Biegung hineinschlagen mit dem Messer. Und ihr habt relativ einfach auch schon dicke Sachen durchtrennt. Jetzt kommen wir gleich zum Entasten. Bis gleich. So. Zurück vom Bach. Ähm. Im Garten. Hier ist jetzt unser abgetrenntes. Ähm. Und was als nächstes kommt, ist ja meistens das Entasten. Ne. Das Entasten. Wir haben ja immer eine Wuchsrichtung. Ich stelle mal kurz das Ball hier hin. Wir haben ja immer eine Wuchsrichtung. Also wie man weiß, ein Baum wächst von unten nach oben. Wichtig ist, man merkt sich, Holz reißt, wie der Vogel scheißt. Das heißt, wenn wir hier entasten wollen, niemals oder versuchen zu verhindern, so herum. Weil dann reißt euer Holz jetzt hier aus. Also immer mit Wuchsrichtung. Ihr stellt euch hin. Habt in eurer Führungshand euer Beil. Schaut dann, was hier zum Ast ist. Also hier ist dieser Ast, den ich jetzt hier weg haben möchte. Ich stelle mich jetzt hier weiter vor diesen Ast, damit ich praktisch hier hinter mich schlage. Ja. Also. Somit kann das hier schon mal nicht in mein Bein. Ne. Ich setze hier an. Zack. Und das ganze Ding hier ist ab. Und so gehe ich natürlich am Stamm entlang. Wenn ich dicke Äste habe von einem richtig starken Baum und will die entasten, dann schlagt ihr. Drehen wir das ganze Ding mal. Jetzt wäre das hier praktisch ein dickerer Ast. Also auch wieder hier hinstellen. Schlagt ihr hier hinein. Geht nicht komplett durch beim ersten Mal. Dann stellt ihr euch. Also er soll noch ein bisschen dicker sein wie das. Das ist jetzt trotzdem relativ einfach. Breit hin. Schlagt euch einmal hier eine Kerbe hinein. Und dann geht ihr wieder hier hin. Und schlagt. Na jetzt habe ich. Zack. Und das ganze Ding hier. Wie man sieht. Ist zauber abgetrennt. Es reißt nichts aus. So entastet man. Also immer wichtig. Hier hinstellen. Und hinter euch entlangschlagen. Wenn ihr jetzt einen lebenden Baum. Der auch stehen bleiben soll. Wenn ihr da jetzt irgendwas an Ästen weg machen wollt. Nehmt mal hier dieses kleine Ding. Es soll ja bloß als Beispiel sein. Ihr müsst dann immer von unten nach oben schlagen. Und schaut dann. Dass hier eure Seiten vom Beil. Damit ihr den Stamm nicht verletzt. Hier entlang gleiten. Zack. Nach oben. Ist ab. Also ihr wolltet den Stamm nicht verletzen. Ihr wollt dem Baum nicht wehtun. Immer dass ihr hier entlang gleitet. Ganz genau. Und immer von unten nach oben. Mit der Wuchsrichtung. So kriegt ihr es schön durchtrennt. Jetzt kommt dann gleich das nächste. Jetzt haben wir unser Bäumchen entastet. Haben ja gerade gesehen. Wie das geht. Und jetzt kann es ja sein. dass wir den vielleicht anspitzen wollen. Und uns als Pflock oder sonst irgendwas in den Boden rammen wollen. Um uns einen Windschutz zu bauen. Sondersgleichen. Auch stabiler Untergrund. Nicht auf Stein. Also auch wieder hier Hackstock. Oder wie ich es jetzt schon ein paar mal gesagt habe. Auf dem abgesägten Baumstumpf. Dann geht ihr hier mit dem Ball hierher. und macht nur immer hier solche Hackbewegungen. Ne. Spitzt durch eine Seite an. Dreht das Ganze. Macht das mit der anderen Seite. Der ist natürlich jetzt unten ein bisschen gespalten. Aber wie man sieht. Relativ einfach. Haben wir hier richtig saubere. Das ist jetzt an beiden Seiten angespitzt. Man kann natürlich das auch jetzt dann nochmal 90 Grad ringsrum machen. Dann haben wir eine richtige Spitze. Wie wir wollen. Das Ganze dann am besten noch im Feuer. Also am Feuerrand. Gehärtet. Damit es hier vorne dann auch richtig schön hart ist. Das Holz. Und dann erst in den Boden hineinrammen. Jawoll. So. Das nächste ist. Ich hole mal her. Wie machen wir uns so Holz klein. Bin sofort da. Also hier haben wir jetzt noch von unseren Bäumchen. Hier was. Das legen wir uns auch auf unsere Unterlage. Und ihr haut jetzt. Wenn ihr es jetzt hier in kürzere Stücken hauen wollt. Ihr haut jetzt nicht hier Katzen gerade drauf. Weil da ist die Spannung von der Faser einfach zu groß. Also. Ich zeige es euch nochmal so. Nicht hier Katzen gerade drauf hauen. Spannung ist zu groß. Ihr nehmt euch das Ding her. Haltet euer Ball so ungefähr im 45 Grad Winkel. Und das Ding ist abgetrennt. Dann könnt ihr von hinten nachschieben. 45 Grad Winkel. Das Ding ist durch. Nachschieben. Zack. Durch. Ne. Also immer so im leichten 45 Grad Winkel. Und nicht hier gerade drauf hauen. Weil da ist einfach zu viel Widerstand. Ganz wichtig ist auch immer. Eure Axt oder euer Beil soll scharf sein. Habt ihr ein zu stumpfes. Dann federt das Ding zum Teil zurück. Jetzt bei so dünnen Sachen nicht unbedingt. Aber bei dickeren Sachen zurückfedern ist immer gefährlich. Wenn euer Beil mal bei was größerem feststeckt. Es steckt hier fest. Ihr kriegt es jetzt hier nicht mehr raus. Dann macht auf keinen Fall. Haut auf keinen Fall hier hinten auf euren Stiel drauf. Ne. Irgendwann lockert sich das Ding. Und es kommt euch entgegen. Und es ist nicht wirklich angenehm. Ihr könnt hier. Hier sind die Schultern. Hier unten ist das Ohr. Ihr könnt hier links und rechts dagegen hauen. Um das zu lockern. Oder ihr macht durch Wippbewegungen. Schaut, dass ihr das ganze Ding langsam rausbekommt. Ne. Nur nicht hinten auf euren Griff. Auf euren Stiel hauen. Erstens. Ihr macht ihn kaputt. Und zweitens. Wenn sich das ganze Ding dann löst. Fliegt euch das Ding um die Ohren. Und das ist nicht wirklich angenehm. Ja. Jetzt schauen wir uns noch an, wie man einen Holzstamm dann durchtrennt. Ich erkläre euch dann nochmal theoretisch, wie man einen Baum fällt. Weil ich habe keinen. Ich war jetzt auch mal oben im Wald. Wir haben jetzt keinen Baum hier zum Fällen. Aber ich erkläre euch das. Ich glaube auch, ihr kommt eher selten in die Situation, wo ihr mit der Axt einen Baum fällt. Weil die müssen schon euch gehören. Ne. Also ihr könnt nicht einfach irgendwo in einen Wald rein rennen und meinen, ihr haut jetzt da einfach ein paar Bäume um. Weil das gehört jemandem. Ne. Also nur wenn ihr die Besitzer seid, der Eigentümer, dann könnt ihr das natürlich machen. So. Ihr habt euch jetzt euren Baum oder euren Stamm umgemacht und ihr habt keine Säge dabei. Jetzt wollt ihr hier, anstatt jetzt hier knapp ein Meter Stück, ihr wollt es jetzt hier durchtrennen, um ein kurzeres Stück zu haben. Legt euch das am besten auf, damit es nicht auf der Erde liegt. Dann stellt euch am besten hier hin, dass ihr hier breit die Beine habt. Und dann auch nicht gerade reinhauen, weil da dringt eure Axt nicht wirklich ein. Sondern ihr macht zack. Einen Schlag so. Den nächsten so. Einen so. So. Ne. Und so kommt ihr dann langsam. Zack. Auseinander. So. Jetzt habt ihr. Das hier. Das hier. Oder das hier. Das könnt ihr jetzt schlecht auf euren Hackstock stellen. Weil ihr seht. Krumm. Bleibt nicht stehen. Fällt euch um. Dann nehmt ihr euch auch eine Unterlage. Nehmt am besten das Ding hier. Das ist ein bisschen dicker. Legt euch das ganze Ding hier hin. Beine breit. Und dann. Na. Zack. Jetzt hier an der Seite ein bisschen. Ist jetzt ein blödes Holz hier. Aber auf jeden Fall. Zack. Wieder ein Stückchen. Das ist ziemlich blöd gewachsen. Ne. Dass ihr aber hier seitlich dann hineinhaut. Und euch das dann so spaltet. Ne. Also so könnt ihr es euch dann auseinander spalten. Wenn es nicht aufrecht steht. Haben wir das Ding auch abgehakt. So. Bäume fällen. Ja. Schauen wir uns erstmal an. Wie ermitteln wir überhaupt die Höhe. Die Fallrichtung. Und so weiter. So. Wie ermitteln wir eine Baumhöhe. Um dann zu wissen. Wie weit fällt der Baum. Bis wohin fällt der Baum. Ich habe jetzt hier einfach einen alten Apfelbaum. Der bleibt aber hier stehen. Weil da hängt gern der Specht dran. Ihr nehmt ein Holz. Das war ja das was wir gerade uns abgetrennt haben. Unten angespitzt. Und jetzt haben wir unseren Arm. Wir machen jetzt das Förster Dreieck. Wir nehmen jetzt hier ungefähr unsere Armlänge. Zack. Jetzt haben wir hier ein Dreieck. Und jetzt haben wir oben ja die Baumkrone. Und wir peilen jetzt. Während wir hier praktisch einen rechten Winkel machen. Wir peilen über das hier unsere Krone an. Gehen zurück. Peilen die Krone an. Und wenn das dann zusammen ungefähr. Also sollte schon dieselbe Höhe haben. Dann könnt ihr die Länge bestimmen. Dazwischen. Also jetzt eins. Ja. Ein Meter vierzig ungefähr war ich jetzt weg. Das heißt aber nicht dass der Baum jetzt ein Meter vierzig bloß hoch ist. Weil sonst wäre ich ziemlich klein. Ihr müsst zu diesem Abstand noch die Augenhöhe mit dazu rechnen. Also ein Meter vierzig. Plus Augenhöhe ist bei mir ungefähr eins sechzig. Also macht knappe drei Meter. Drei Meter ist nicht ganz. Der ist vielleicht so. Ja ich bin eins achtzig. Ne. Und dann nochmal so sechzig zu vierzig. Also es kommt ziemlich genau hin. Ne. Es kann jetzt auch sein dass ich jetzt hier nicht schön durchgepeilt habe. Aber es ist ja auch bloß eine ungefähre Angabe. Wie man die Höhe ermittelt. Ihr sollt halt immer schauen dass der Baum auch ziemlich einzeln steht. Also nicht jetzt im dichten Bewuchs. Weil sonst könnte er einen nicht anpeilen. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Hier. Zack. Hier die Spitze ist jetzt ungefähr. Jetzt gehe ich nochmal ungefähr zurück. Und schaue nochmal wo die Spitze. Jetzt. So. So. So ein Meter. Ja. Eins dreißig. Wenn ich auch wirklich einen Meter laufe. Vielleicht sind es auch bloß neunzig. Das ist eins zwanzig. Also kommt er mit meiner Augenhöhe ziemlich hin. Ne. Ziemlich genau. Wenn ihr von der Schrittlänge her nicht genau ein Meter lauft. Also ich weiß ganz genau. Oberer Gürtel hier ist ungefähr vom Boden aus bei mir ein Meter. Na ja. Dann kann ich mir natürlich hier auch einen Stock ablängen auf diese Höhe. Dann weiß ich das ist genau ein Meter. Und dann kann ich den natürlich überschlagen und so rechnen. Oder ich nehme hier einfach ein Stückchen Schnur. Schaue auch hier ungefähr ein Meter bei meiner Körpergröße. Bei meinem Ding. Und kann dann mit der Schnur das dann natürlich hoch rechnen. So. Jetzt schauen wir uns noch an. Wie würde man einen Baum fällen. So. Wie würden wir jetzt mit der Axt einen Baum fällen. Wir haben jetzt ungefähr die Höhe ermittelt. Wir schauen uns das Gelände an. Wir schauen uns auch den Baum an. Wie ist er gewachsen. In welche Richtung könnte er am besten fallen. Jawohl. Wir brauchen eine Fellkerbe, eine Fallkerbe und eine Bruchleiste heißt das Ganze. Genau. Also der Baum hier, der ist ungefähr hier unten 10, 20, 20 Zentimeter ungefähr stark. Wir gehen. Ich müsste mich jetzt rumdrehen. Ich muss es dann von der Seite hier machen. Also. Wir hauen auch nicht zu tief hinein. Wir brauchen eine Höhe. Natürlich je tiefer desto besser. Wir müssen auch arbeiten können. Also das erste ist eine, die Fellkerbe. Und zwar wird die jetzt zum Beispiel hier hineingeschlagen. 45 Grad Winkel hier hinein. Und dann gerade hier hinein. Dass es ungefähr unten ziemlich plan einen 90 Grad Winkel ergibt und oben im 45 Grad Winkel reingeht. Diese Kerbe macht ihr circa ein Drittel stark. In diese Richtung soll dann euer Baum fallen. Dann kommt ihr her von der anderen Seite. Wenn ihr eine Säge habt, sägt ihr dann hier eure Fallkerbe hinein. Also euren Fallschnitt. Macht ihr dann hier hinein. Und ungefähr so, dass ihr hier dazwischen nochmal so ein Zehntel stehen lasst. Und das ist dann die Bruchleiste. Also ein Zehntel drin stehen lassen. Oder wenn ihr jetzt keine Säge habt, ihr habt hier drüben eure Kerbe drinnen. Und der Schnitt hier wird immer ein bisschen höher angesetzt, als wir hier drüben. Nicht drüber hinaus gehen. Immer ein Stückchen höher, als wir hier. Wenn ihr jetzt keine Säge habt, dann müsst ihr natürlich hier auch mit eurer Achse, mit dem Beil hineinschlagen. Auch eine Kerbe hineinschlagen. Und auch wieder ein Zehntel hier stehen lassen. Und dann entweder ihr habt ein Seil dran gebunden oder sonst was. Zieht das Ding um. Oder ihr drückt es dann zum letzten ein bisschen um, solange die Bruchleiste steht. Aber das solltet ihr lieber Leuten überlassen, die es auch können. Weil ein Baum, je nach Drehwuchs, kann sich auch beim Fallen verdrehen. Er kann hier hinten ausbrechen, aussplittern. Schlägt euch dann hier hinten nach oben Richtung Kopf und reißt euch damit den Kopf ab. Das ist nicht so eine Geschichte, die ihr einfach mal so macht. Also Bäume fällen. Überlasst es lieber den Profis. Begnügt euch mit den einfachen Sachen. Wie könnt ihr was ablängeln? Wie könnt ihr euer Feuerholz machen? Genau. Und apropos Feuerholz, da schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz was an. Und dann sind wir eigentlich durch. Und ich glaube, ich habe euch dann genug erklärt. Bis gleich. Jetzt schauen wir uns noch an, wie können wir unsere Axt, unser Beil hernehmen, um uns zum Beispiel so Feathersticks zu machen. Schlagt euch das Beil hier ein bisschen hinein, damit es schön aufrecht ist. Nehmt euer Anzündholz, was ihr euch schon klein gemacht habt. Haben wir ja gesehen, wie es funktioniert. Setzt es hier an und fahrt einfach nur hier entlang. Der hat sich jetzt gelöst. Ne, das löst sich. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt da schön hinkommen. Ne, ich fahre immer zu weit. Immer schön mit der Ruhe. Auch wieder zu weit. Ne, also schön entlangfahren, dabei drehen. Beil sollte natürlich scharf sein. Habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Euer Werkzeug, das soll scharf sein und soll funktionieren. Da müsst ihr mal gucken, dass er nicht zu tief hineinkommt. Dass er hier schöne, feine Locken kreiert. Ne. Und so haben wir hier unser Anzündholz. Das geht dann wunderbar. Und dann natürlich die nächst kleineren draufgelegt. Jawohl. Ich denke, das war es jetzt ziemlich. Also wir haben geschaut, wie wir uns einen dickeren Stamm durchtrennen können. Mit den Winkeln. Wir haben gesehen, wie man überhaupt Holz spaltet, Holz hackt. Wie man es nicht macht. Wenn ihr längeres Holz habt und wollt es hier so spalten. Ne. Haut nicht hier. Ihr nehmt ja das Beil eh hier hinten. Haut nicht hier hinten irgendwo drauf. Weil dann klappt euch hier das Ganze nach unten. Jetzt wiegt euch eure Finger ein. Schaut, dass er hier an die Kante kommt. Schlagt es hier hinein. Ja. Ja. Ein bisschen weiter vorne nehmen. Ist doch ein bisschen zu schwer der Achskopf. Auf. So. Hebelt ein bisschen. Und das Ding ist auseinander. Ne. Zack. Bricht wieder weg. Hebelt ein bisschen. Spreisel kann man da relativ schnell mitmachen. Ein bisschen hebeln. Auseinander das Ganze. Zack. Ja. Also so kann man sich ziemlich schnell Anzündholz fertig machen. Und ihr müsst das Ding nicht immer wieder aufrecht hinstellen. Es zerfällt so das Zeug hier. Ne. Und ihr müsst es nicht immer wieder hinstellen. Ihr könnt es auch wenn ihr es hinstellt ansetzen. Hier nach unten gehen. Zack. Oder. Ihr nehmt auch das Beil. So rum. Auf den Nacken. So. Habt das festgeschlagen. Und dann haut das so herum durch. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten die sicher sind. Achtet auf eure Beine. Und vielleicht habe ich ja dann mit dem einen oder anderen jetzt die Angst genommen. Respekt sollte immer da sein. Ja. Wir sehen uns. Euer Tobi. Ciao.